Das ist der Schluss, wir besuchten einen Kurs und sind jetzt voll bereit. Die Zeit, Aerobics, Kordex, kein Problem. Relaxig, mach das alles schön. Geh zu Dritt in den Unterricht, die Übung machen alle mit, denn Metallverbrenn ist ein Hit. Alle stehen jetzt bitte auf, auf das Gleichgewicht achten wir drauf. Wie wir nun die Übungen durchführen, wir fördern uns das Denken, Denken, Denken. Bei den Übungen lenken, lenken, lenken im Motto No Pain, No Gain. Wir fördern uns das Denken, Denken, Wecken. Bei den Übungen lenken, lenken, lenken im Motto No Pain, No Gain. Wir machen hier Vital for Brain.